Heute gehen weltweit tausende Schülerinnen und Schüler, aber auch Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Straße, um der globalen Klimakrise den Kampf anzusagen. Auch in Bremen sind heute 15.000 Menschen auf den Straßen und setzen sich dafür ein, dem Klimawandel entschlossen entgegenzutreten. Wir als Linke unterstützen und solidarisieren uns mit der globalen Bewegung, die einen Systemwechsel statt einem Klimawandel einfordert und werden auch in Bremen unsere Hausaufgaben machen, uns für entschlossenen Klimaschutz einzusetzen. Das spielt sowohl bei der Frage Gebäudesanierung, öffentlicher Nahverkehr und auch Kohleausstieg für uns eine zentrale Rolle.